So, hallo liebe YouTuber, liebe Modellbahner, es geht ja mal kurz um die Stützkondensatoren. Ich möchte euch nur mal kurz etwas zeigen und zwar, wir haben hier eine Rokko ÖBB L144-1044. Hier ist das Gehäuse dazu, L144. Das ist schon die Variante, die den Simu Sound Decoder eigentlich drinnen hat. Ich habe ihn nur ausgetauscht hier gegen einen ESO Sound Decoder. Ich möchte euch hier nur zeigen, wie man ganz schnell einen anderen Stützkondensator einbaut. Und zwar, ich habe jetzt hier schon den alten rausgenommen. Hoppla, danke Schwerkraft. Dieser Stützkondensator hier, der war vorher drin. Der hat 220 Mikrofarad bei 35 Volt. 220 Mikrofarad ist jetzt nicht gerade viel. Also, das reicht vielleicht für eine Zehntel oder vielleicht zwei Zehntel Sekunden circa. Je nachdem, wie viel auch im Decoder eingestellt ist, dass er noch von Kondensator ziehen soll, wenn er mal eine Unterbrechung hat in der Stromversorgung. Wir werden jetzt aber einen besseren einbauen. Und zwar werden wir hier einen nehmen mit 25 Volt. Also, der ist für 25 Volt ausgelegt. Das passt auch für die Lokomotiven. Weil man kann bei Sound Decodern, also generell bei Decodern, bei den moderneren von ESO und Simu, kann man ausgehen, dass die so um die 20 Volt, vielleicht sogar 22 Volt ausgeben. Und der hier hat 1000 Mikrofarad. Und den werden wir jetzt da hier einlöten. Und danach werden wir mal schauen, wie das ist. Ob das was bringt. Ich weiß nicht, wie das hier dann sein wird noch. Aber ich glaube, Schaden kann es nicht, wenn man das macht. 25 Volt, 1000 Mikrofarad ist ein recht guter Wert. Ihr müsst auf jeden Fall immer nur auf eines schauen, bei so Kondensatoren. Und zwar, wenn es modernere Lokomotiven sind, beziehungsweise es geht eigentlich hauptsächlich um die Decode, die drinnen sind, modernere Decode wie zum Beispiel die ESO oder die Simu, bei denen braucht man auf jeden Fall mindestens einen 25 Volt. Na toll, ist mir da reingefallen. Einen 25 Volt Kondensator. Und der hier, den habe ich aus Amazon bestellt. Eine geile Sache, weil er nämlich genau hier hineinpasst. Generell bei den meisten Rokko-Lokomotiven, die eben genau wie die 1044 diese Aussparung für Kondensatoren haben, kann man den verwenden. Und der für 25 Volt mit 1000 Mikrofarad ist optimal, finde ich. Ja, ich werde euch mal dann kurz die Maße durchgeben. Moment, ich hole kurz meinen Messschieber raus. So, da rollt er. So, Messschieber hält mich davon rollen. So, machen wir das, wir messen das so. Also der hat hier einen Durchmesser. Moment. Was ich besser nehmen? So, also Durchmesser ist hier so 10 Millimeter und die Länge beträgt 16,8 Millimeter. Ja, ich hoffe, ihr könnt das hier auch ablesen. 16,8 Millimeter, vielleicht 16,75, je nachdem. Kommt auch ein bisschen drauf an, wie dick die Isolierung ist drauf, weil die sind nicht immer 100% gleich, aber das macht bei diesen Maßen jetzt auch nichts aus. Also, wenn ihr einen Kondensator findet, der mit diesen Maßen angegeben ist, könnt ihr den auf jeden Fall verwenden für die 1044. Wenn ihr eine Lokomotive habt von Rocco, die auch dieselbe, also die gleich große Aussparung hat wie die, könnt ihr den dort natürlich auch verwenden. Auf was müsst ihr jetzt aufpassen, wenn ihr einen Kondensator, einen neuen einlötet oder wenn ihr einen tauscht? Zunächst einmal, wenn der alte vorher raus muss, so wie hier, muss man natürlich die Lötpunkte öffnen. Das habe ich jetzt natürlich euch nicht gezeigt, aber ich bin einfach hier unter diesen Anfluss gefahren und habe ihn dann erhitzt und dann so rausgehebelt aus der Plutine mit dieser Pinzette. Bei dem zweiten habe ich ihn dann leicht aufgebogen, also eben so leicht aufgestellt, erhitzt und dann rausgezogen. Und prinzipiell muss jetzt die Betratung vom Kondensator nicht unbedingt da durch. Hauptsache, dass sie ist richtig angeschlossen. Also, das wird jetzt nicht so warm, dass die Lötstelle aufgeht. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Das, was wichtig ist bei dieser Sache hier, ist, dass man die Polarität richtig eingeht, also hier eben richtig macht, dass Plus Minus passt. Man hat hier auf der Plutine sogar schon stehen, hier rechts ist das Plus und hier links ist das Minus. Man kann auch vom alten Kondensator ausgehen, denn auf der Seite seht ihr hier diesen weißen Streifen am Elko, dieser weiße Streifen auf diesem blauen Kondensator, das ist das Minus, das ist immer Minus normalerweise. Und die nicht markierte Stelle ist immer, oder meistens Plus. Und ihr seht ja sowieso hier, wie er eingebaut war, weil die Betratung ist nach unten, das heißt, so war er drinnen, links ist Minus, das heißt, der weiße Streifen ist hier Minus. Und das gleiche gilt für einen Neun. Hier ist diese weiße Markierung an der Seite, wo auch die Werte stehen, das ist Minus und die andere Seite ist Plus. Oder, wenn sie in Neun sind, die Kondensatoren, also Fabrik Neun, da kauft sie euch, werdet ihr sehen, dass eines von den Drähten immer länger ist oder kürzer. Das Kürzere ist meistens Minus und das Längere ist meistens Plus. Und jetzt könnt ihr das einfach hier dann einbauen. Ihr müsst nur bei der Betratung einfach die Länge anpassen, dass das eben hineingeht. Und dann lötet ihr das an und die Sache ist erledigt. Und somit könnt ihr euch ziemlich leicht einen kleinen Elko tauschen. Also das ist jetzt dann nicht so eine Hexerei, wenn ihr einen Lötkolben habt. Und ein bisschen löten könnt, das reicht auch schon dafür. Ihr dürft halt nicht die Platine zu heiß machen. Ich mache meistens so um die 330 Grad. Also das sehe ich hier auf meinen Lötkolben auf der Station. Die war auch aus Amazon und 35 oder 40 Euro damals gekauft, also bestellt. Also das ist jetzt nicht die Welt. Also man kann damit schon einiges machen. Und gut ist es natürlich auch, wenn jemand von euch SMD-Löten probieren möchte. Also SMD-Löten ist alles, was zum Beispiel hier mit solchen kleinen SMD-Läd plus Widerstände zu tun hat. Das ist SMD-Löten. Da braucht man ganz feine Lötspitzen und einen eigenen, gegebenenfalls einen eigenen Lötkolben dazu. Aber wenn ihr sowas machen wollt, kauft euch dementsprechendes Werkzeug dafür. Ich mache das immer mit meinem Standard-Lötkolben und bis jetzt da hat es auch funktioniert. Aber weil ich eben kein SMD-Werkzeug habe und das mit meinem Standard-Werkzeug versuche, haue ich mir auch gerne mal die eine oder andere LED-Lead zusammen. Also ich zerstöre mir das dann ungewollt, aber das ist halt so. Ich bräuchte bessere Spitzen dafür, passende. Aber solange es irgendwie funktioniert und ich die LEDs einige davon habe, ist es vielleicht nicht so wild. Und besser wäre es natürlich schon, wenn ich die SMD-Spitzen verwende. Ja, wir werden ihn jetzt mal einlöten und dann sehen wir das gleich wieder. So, er ist drinnen der neue Elko. Ihr seht, wie er eingebaut ist, der schwarze. Genau neben dem Decoder. Das, was ich noch gemacht habe dazwischen, das war hier das schwarze Kabel ist für die Stromversorgung, die an der Hauptplatine dran geht. Das ist hier an diesem Lötpunkt. Die habe ich ja vorhin kurz runtergenommen, dass ich hier leichter dazukomme zum Löten. Wenn euch da irgendwie an den Verkabelungen etwas nicht gefällt oder wenn ihr seht, da reißen manchmal schon irgendwie fast die Drähte ab, dann modifiziert euch das einfach, wenn ihr könnt. Dann lötet das einfach besser drauf. Ja, das ist keine Hexerei. Das ist jetzt da auch nicht gerade unwichtig, weil bevor euch ein Kabel abreißt und vielleicht irgendwo einen Kurzschluss verursacht und dann der Decoder in euch flöten geht, besser vorher machen, anstatt zu lange zu warten, wenn man das sieht. Oder wenn euch die Lötpunkte nicht gefallen, so wie diese hier, die werde ich dann später nachbearbeiten, dann tut das einfach. Ein guter Lötpunkt, der ist wichtig, dass euch das nicht irgendwie aufgeht. Also das ist auf jeden Fall nicht unwichtig. So, jetzt werden wir mal mit der Lok auf die Strecke gehen. Ja, Lok ist jetzt hier auf der Strecke, natürlich ohne Gehäuse. So, Elko ist drinnen, der ist richtig angeschlossen, sonst hätte ich ihn mir schon zerrissen. Wenn ich jetzt fahre... Ungewohnt, ich weiß, ohne Gehäuse. Macht aber nichts. So, jetzt fahren wir halbe Kraft, drücken wir Stopp. Ja, und irgendwie ist der Elko in der 1044 nicht unbedingt sehr sinnvoll, weil normalerweise müsste das Licht ganz sanft ausgehen. Allerdings, es geht sofort aus und der Lok bleibt gleich stehen. Eigentlich sollte ja der Decoder vom Elko noch versorgt werden. Aber das macht nichts, ich werde ihn trotzdem drin lassen. Vielleicht ist es nur eine Einstellungssache. Aber mir geht es eben mehr darum, dass ihr seht, wie kann man das tauschen und die Maße in etwa, die ihr zumindest für eine L44 von Rocco braucht. Eben hier ist die Plux-Variante schon mit LEDs, wie ihr gesehen habt, das ist eben schon die ganz neue. Und wenn ihr eben solche Kondensatoren einlötet, ihr wisst jetzt da, auf was ihr aufpassen müsst und ihr wisst auf jeden Fall, wie das circa geht. Das ist jetzt keine extreme Hexerei. Das einzig Blöde ist nur eventuell, wenn man die Anschlüsse vom alten Elko irgendwie auflösen muss beziehungsweise wenn man die halt eben abnehmen muss. Aber ansonsten ist das jetzt nicht so wild. Und ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Ihr könnt das, glaube ich, auch beim Vectron machen, also beim ÖBB Vectron von Rocco, der da drüben. Da habe ich denselben Elko drinnen. Da habe ich jetzt auch diesen 25 Volt Elko drinnen mit 1000 Mikrofarad. Ja, selbst wenn ihr seht, dass das irgendwie gar nicht funktioniert, beziehungsweise dass der, wenn ihr diesen Stopp macht beim Fahren, so wie ich jetzt gerade, und der nimmt nichts mehr nach, entweder das ist nicht so eingestellt am Decoder oder es nützt einfach nichts. Wobei, ich glaube nicht, dass es nichts nützt. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht auf der Hauptplatine irgendwie eine Art Schaltung ist oder dass das am Decoder drauf ist, einfach, dass das bei Stopp sofort aufhört. Das kann auch gut sein, dass auch die Verbindung zum Elko dann gekappt wird, damit eben die Lok schnellstmögliche stehen wird. Das kann gut sein. Ich glaube ja nicht, dass da jetzt das Sinnlos ist, auch wenn das so scheint. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall eben das merken, was ich euch da eben mit den Maßen gesagt habe, ziemlich zu Anfang des Videos. Also ich glaube, 10 mm Durchmesser und 16 oder 17 mm hat der Länge. Je nachdem, welche Platine drinnen ist, je nachdem, was für eine Aussparung ist für einen Elko, könnt ihr natürlich dann schauen. Der kleinste Elko ist immer noch besser als gar kein Elko. Also von der Kapazität meine ich, nicht von der Größe. Selbst wenn ihr nur einen 470 µF Elko habt oder einen 220 µF, so wie jetzt der alte hier drinnen war, ist es immer noch besser als gar keiner. Wobei ich nicht ganz verstehe, warum Rocco nicht gleich mindestens 500 µF Elkos einbaut oder gleich 1.000 µF Elkos einbaut, weil die kosten jetzt nicht unbedingt die Welt. Also ich glaube, man bekommt 20 Stück um 16 Euro oder so, wenn man es so als Laie bestellt von irgendeinem Verkäufer. So wenn nicht sogar billiger, je nachdem von wo. Aber das finde ich jetzt nicht so eine Hexerei. Da finde ich, sollte Rocco schon darauf schauen, dass gute und große, möglichst große Elkos drinnen sind, weil das ist nicht unwichtig manchmal. Weil verschmutzte Gleise hat man einfach mal. Ja, das lässt sich nicht verhindern. Und wenn dann ständig der Strom, also die Stromversorgung unterbricht und man dann nicht fahren kann, das ist nervig. Wenn die mitten irgendwo auf der Anlage stehen bleibt und dann muss man irgendwie hin, sie anstoßen oder auf die Anlage klopfen, damit das wieder kontaktiert. Das ist schon ein bisschen nervig. Aber so wisst ihr jetzt mal, wie das mit den Elkos geht. Ja genau, und hier die Klass 77 hat jetzt LockSound 5. Da werde ich auch bald ein Video dazu machen. Der habe ich angepasst wieder. ISO LockSound 5 von der Klass 77. Ich dachte mir, das könnte euch auch interessieren. Jetzt habe ich sie wieder ausgepackt. Einen LockSound 5 Decoder eben gekauft für sie. Und ja, alles maßgeschneidert. Ich hoffe, das gefällt euch dann später. Sobald ich dazu komme, mache ich auf jeden Fall ein Video dafür. Ich werde jetzt noch meine andere L44 oder L1044 umbauen, einen größeren Elko reingeben. Und dann war es das mal wieder für das mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, dass euch das auch irgendwie ein bisschen geholfen hat. Ich dachte mir, über Elkos haben wir noch nie gesprochen. Und in dem Fall hier ist es ja wirklich relativ leicht. Also hier ist es wirklich ziemlich leicht. Bei der Lock kommt man schön dazu. Sollte euch hier dieses Kunststoffteil hier im Weg sein. Das ist einerseits ist das gleichzeitig die Maschinenraum-Nachbildung und andererseits ist das aber auch gleichzeitig die Distanzplatte zwischen Motor und Hauptplatine. Weil ihr müsstet die Platine zerlegen, damit ihr das Teil hier abheben könnt. Aber wenn euch das so stört hier beim Löten, ihr könnt auch hier das Stück, also hier diesen Bügel, das kann man auch wegschneiden im Notfall. Das ist jetzt nicht so wichtig. Also das Stück hier, diese kleine Brücke, ist jetzt nicht lieber lebenswichtig für die Lock. Das kann man auch wegschneiden. Wenn das Gehäuse drauf ist, hält es das hier eben eh obendran. Das rutscht nicht weg, gar nichts. Da braucht ihr euch keine Angst haben. Müsst nur aufpassen, dass ihr euch unterhalb bei den angelöteten Kabeln an der Hauptplatine nicht verletzt, wenn ihr das wegschneidet. Das ist das Einzige. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und auch geholfen. Das nächste Mal sehen wir uns wieder mit einem Soundvideo. Und ja, bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.